Na, moin. Moin, du siehst aber niedlich aus. Willst du mich verarschen? Niedlich? Hast du mal meinen Bart gesehen? Digga, hier! Männlich ist das Wort, was du suchst. Männlich. Ich mache ja dieses Format, ne? Und ich muss da mal wieder ein bisschen reinkommen. Und dann dachte ich mir, ich mache erstmal was Einfaches. Was gibt's Simpleres als Männer? Einfach gestrickt! Komm, komm, wir gehen jetzt ins Gym. Prost! Prost! Fußball! Das ist wie jetzt klebrig. Muss mal eine Frau putzen! Das ist Frauensache. Männlich mal putzen, ich wusste es ja schon. Ich putze mir auch nicht das Arschloch ab. Das wird einfach mit der Zeit abgeschubbert. Fußball! Hab ich gestern gesehen, Alter, wie der das Abseits ausgetribbelt hat. Hast du einen Schiri ins Tor? Nein, nein, ja. Doppelpass! Fußball! Boah, echt ein gutes Spiel, Alter! Kann ich! Boah! Oh, die ein paar! Enchiladas, Alter! So, Alter! Joachim Ringelnatz! Boah, Falafelrollen! Boah, da sind ja die Brustwarzen noch mal Brüste, Alter! Boah! 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 Boah, die guckt nicht mehr! Schlampe, ey! Boah, Alter, neulich wieder eine gehabt, gell? Boah! Die hat getroffen wie ein Kieslaster! Sorry, guter Mann, ich geh jetzt ins Gym! Schön ins Fitti! Und du machst ja nicht so langsam, wir haben ja ne Zeitplan. Muss heute noch schön, ne? 5 Sets A3 und A4 ist auch gutes Papierformat. Die haben in meinem Scheißgym, die haben jetzt ne neue Regelung gemacht. Es geht nur so auf den Sack. Du sollst jetzt im Sitzen pissen, Alter! Wer bin ich denn? Ich pisse im Liegen, Alter! So! Davor! Die haben ja gar nichts zu sagen, Alter! Oh, ich muss noch einkaufen vorher, Alter! Ich hab hier Einkaufsliste gekriegt von meiner... Ist schon, Alten, ja? Alter! Backpulver! Bin ich homosexuell, oder was? Die ist kleig weg, Alter! Such mir schön ne neue auf Tinder, Alter! Nee, die kannst schön verpissen! Geh schön auf Tinder, such mir ne neue! Blutjunger! Die klackt noch wie ne Punica! Oh, guck mal hier! Schöne Wurst! Schöne Wurst, Alter! Oh! Oh! Guck mal hier! 50 Euro, Alter! Hoho! Das ist Olympia! Jo, Alter! Ich richte 23 Bar drauf, Alter! Fuck, Alter! Hier! Siehst du das? Oh, Alter! Wer möchte ich wetten? Da ist ein... Da ist ein 18er... Zylinder ist da drunter, Alter! Hoho! Boah! Boah! War das ne Maschine jetzt eben, Alter! Hoho! Da wird ja auch... Da wird mir ganz warm! Huhe! Äh! Äh! Ich hab grad, glaub ich, die Emotionen gespürt! Ich muss die Emotionen runterspülen! Gute Frau, ich hab grad ne Emotionen gespürt! Boah! Junge! Boah! Sehen alle, wie ich das aufmach? Schön! Nee, es geht schon! Aber gucken Sie mal hier, diesen Unterarm! Wie ein richtig schön ausdefinierter Snickers! Wie ein Snickers! Ja, schön! Ausdefiniert! Der war auch beeindruckt, Alter! Der hat halt einfach nicht die Disziplin, wie ich im Gym! Im Fiddy! Hä? An der... Hier an der... Hubel! Drechsler! Boah! Da hinten wieder so ne Männerverschleißanlage, Alter! Hoho! Du, Alter! Boah, Alter! Der würde ich gern mal, Alter, die... Die Spekulatios aus dem Regal holen, du! Hoho! Einmal da Nussknacker spielen, du! Boah, Alter! Wow, wow! Boah! Boah! Brrrr! Doch, gleich geh ich hin, Alter! Gleich... Gleich geh ich hin! Sprich an, ey! Gleich geh ich hin! Boah! Einmal schön Korken ziehen! Einmal! Hm? Da war ein Frisch von der Rebe genommen! Jetzt... Oh, Alter! Das ist ein Zwölfzylinder! Ihr guckt doch mal! Hubraum 18. 1530 Ender von früher auf Bau! Oh! Einmal! Die Windbeutel aufblustern! Komm, wir gehen erst mal ins Gym! Deine oder Ihre Windbeutel? Aber alle! Dicker, hä? Stress oder was? Kennt da nen Trick? Das hat nicht wehgetan! Tor...Fußball! Tor...Nado! Schmeckt gut! Das ist wirklich ähm... Edler Tropfen! So! Jetzt geh ich zu der alten! Fußball! Fußball! Weil ich geht ja wirklich jetzt auf irgendeine bestimmte... Ich hoffe, ich hab... Ne, alles gut! Aber du kommst jetzt im Video vor! Das ist gut! Ich habe... Wir gab... So!